Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind hier in Korogod-Vivac, auf der Feuer-Wachttower. Wir starten. Es ist sehr wichtig für Chernobyl. Es gibt beispielsweise eine Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze ist absolut verabschiedet. Wo niemand geht. Soba 20, nicht? Das ist der Grund, der Kontainer ist. Es gibt ein paar Kameras. Es ist ein Kommunikationszentrum. Es ist ein Transmitter für Internet. Es ist ein Kommunikationszentrum. Es ist ein Kommunikationszentrum. Es ist ein Kommunikationszentrum. Es ist ein Kommunikationszentrum. Ja, dann können wir gerne noch was tun. Okay, so this is one of the machine. How do you think I can see? So, this is a little quite typical for the big regular item. So, to be short, here in the place of these two big holes come to me. Here I will explain what you are looking for. This computer was very interesting. It was not working like module system. It was actually a giant comparator. In this matrix, on the three module base... So, this is the sole military machine. All together there were produced not more than 50 of them. And 60... You know, it looks like one more machine room, right? But it's a little... Okay, let's go this direction. The level is very high. For example, in India there is... I have been in this place in the state called Kerala. There is a natural level like one micro-onsiever. It's normal. In the mountain. You can enter. You can enter. For two minutes look around. It's clean inside. Because the windows were closed. So, a little dust. It was a kindergarten. It was a standard kindergarten for a village. So, Hello and the city of baptisms. Where do you find a visible angle? Do you find out if you find out if you feel free? The airora and the described is not enough to leave the entrance. But right-hand, the archio was there. No, there was an alumination there. A small tile is going on. There is going to have to stop the building School in the house've rolled. And he's walking around, you know, so far I could wait to lose the entrance. Questions seemed… Double so that... Die Verletzungen sind in verschiedenen Gräznen. Hier gibt es eine Flasche mit einer Brüder. Es gibt keine Kräfte. Hier kann man die Flasche aussehen. Hier gibt es eine Brüder. Eine Flasche oder eine Flasche. Es ist nicht so gut. Was machen wir? Was machen wir? Das ist so gut. Das ist so gut. Okay? Ja, so gut. 300 m, ja, und später wurde es geändert. Auf Youtube ist ein wunderbares Video, wie es gemacht wurde. Es ist wirklich beeindruckend. Oficiales Namen dieser Sache müssen sie installiert werden, und so weiter. Also hier ist ein Worg für ein paar Jahre. Okay. Wie viel hast du für das? Eigentlich all of us. Wenn du eine fucking Kampflüge hast, kannst du das? Ja. Okay. So far, er ist nicht so gut. Okay. Okay. Stetschern. Okay. doch, es ist Fnsinn, Fynn. Tänk. Ja, Tänk. Starts Däremchen? Man läuft hier. Man läuft es in der Rämonング. Man läuft sich an den Kampflüge. Man läuft den Kampflüge. Man läuft es einfach so aufsit. Kai ist es einfach so aufsit. Man läuft so aufsit. Das ist eine große Herausforderung. Ich bin schon mal hier. Ja, ja. Ich bin schon mal hier dran. Ich bin schon mal hier dran. Ich bin schon mal hier dran. Die Köln sind in der Deloitte, weil sie schon hier sind. Die Böden sind nicht mehr so, dass sie nach dem Ende der Köln sind. Das ist der Shopping Center in Pripyat. Das ist schon einmal der erste sovietische Supermarkt. Es war hier. Es war ziemlich innovativ. Die Hose ist der neuesten Schilder. Ich bin ehrlich, Leute schauen auf mich, sehr interessiert, ich habe nur gesagt... Untertitelung des ZDF, 2020